Guten Tag, eins vorweg. Mein Gesicht und meine Stimme sind nicht darauf ausgelegt, Emotionen zu zeigen. Ich bin aber trotzdem restlos von unserer Idee überzeugt. Ich bin übrigens Kirill, der Bewähler in unserem Zwei-Team. Und das ist Chinak, der Informatiker unter uns. Er hat heute leider aber einen Termin in den USA. Ich bin vor einem Jahr in die Innenstadt von Halberg gezogen, mit ganz hohen Mietpreisen. Ich musste von 170 Quadratmeter auf 80 Quadratmeter umziehen. Und die größte Herausforderung dabei, ich hatte viel zu viele Sachen für die neue Wohnung. So musste ich mir neulenswollens einen Lagerraum bei so einer Self-Storys-Anlage anmieten und meine Sachen da abstellen. Das war sehr stressig, hat viel zu lange gedauert und viel zu viel Geld gekostet. Ich habe meine Leidensgeschichte ein paar Tage später Chinak erzählt. Und er hat nur lapidar geantwortet, hätte sie die Sachen auch bei mir abstellen können, für die Hälfte des Geldes. So ist die Idee entstanden, Vermieter und Mieter von privatem Lagerraum auf einer Plattform zusammenzubringen. Ähnlich wie Airbnb, aber eben nur für den Lagerraum. Das hätte drei Vorteile. Erstens, wirtschaftliches Win-Win. Ich als Mieter zahle weniger als bei einem gewerblichen Anbieter. Und Chinak als Vermieter hat einen Zusatzverdienst. Zweitens, Einfachheit. Auf unserer Plattform kann man den Lagerraum innerhalb von einer Minute mit drei Klicks anmieten. Und das Ganze im Nachhinein läuft automatisch. Und drittens, Ressourcenschonung. Statt neue Lagerhallen zu bauen, nutzen wir den Platz, der ohnehin bereits da ist. Insofern ist es unsere Vision, Menschen zu helfen, Lebensraum zu schaffen. Wir sind am Anfang unseres Weges dahin. Unsere Plattform ging im März online. Und wir sind gerade in der Lernphase. Bis zum Jahressender soll die Plattform wirtschaftlich selbsttragend werden. Und ab 2021 soll sie auch uns als Team mittragen können. Dafür werden wir einen Marktanteil in Deutschland von 1,7 Prozent brauchen. Bei einer Marktgröße von ca. 350 Millionen Euro. Das ist durchaus erreichbar, weil unser Geschäftsmodell räumlich und inhaltlich skalierbar ist. Unsere Plattformgebühr von knapp 15 Prozent ist integraler Bestandteil des monatlichen Mietpreises. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Hier und heute brauchen wir mehr Menschen auf unserer Plattform. Urbane Menschen, zwischen 20 und 60 Jahre alt. Menschen wie euch. Insofern, wenn es euch um Lagerraum geht, schaut vorbei und registriert euch. Stororama. Applaus Stororama. 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 Vielen Dank.